Hey Leute, zur Feier der Fantom-Nacht wollte ich ein Halloween, also ein Fantom-Nacht-Special machen. Ähm, es wird auf jeden Fall in meinen Laden Angebote geben, ein Gift-Away und eine große Überraschungs-Halloween-Party. Yay! Ich wollte es eigentlich nur noch fragen, um Holz... Nein, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es noch so ist. So, ich möchte noch bedanken für heute, ich will mir noch bedanken. Und... Das Video wird morgen um eine Uhr stattfinden. Ähm, es kann auch sein, dass es sehr verschieden wird, um eine andere Uhrzeit, aber auf jeden Fall morgen. Und ich sag euch dann Bescheid, falls es ein bisschen später wird oder ein bisschen früher. Auf jeden Fall freue ich mich auf euch. Bis dann!